So, da sind wir wieder. Und wir machen auch gleich mit dem Gespräch weiter. Die Gegend ist nicht gerade sicher. Habt ihr denn keine Angst, so weit draußen alleine zu leben? Nicht wirklich. Ich weiß, ich sehe nicht danach aus, aber ich kann mich verteidigen. Ja, okay, warum will er sich nicht anschließen? Wäre es nicht viel sicherer, in Falonsheim zu leben? Mit diesen Mistgabelschwingenden Bauern als Bürgerwehren? Nein, danke. Ich komme zurecht. Okay, gehabt euch wohl. Verstehe. Na dann viel Glück. Wir müssen jetzt weiter. Was? Ihr wollt nicht fragen, was es mit diesem absurd großen Baum auf sich hat, der mitten auf mein Dach gefallen ist? Ähm... Wir haben Zeit. Wir haben Türme, die die Armee abhalten. Was ist passiert? Nun, das ist schnell erklärt. Irgendwo im Wald haust eine rotte Trolle. Ihr wisst schon. Haus hoch, langzähnig, ungezähmt. Die Sorte, den man am besten meidet. Vor zwei Tagen, mitten in der Nacht, tauchten sie plötzlich in der Nähe meines Hauses auf. Und zack! Plötzlich sah ich einen gewaltigen Baustand direkt in Richtung meines Daches segeln. Ich habe es gerade so noch nach draußen geschafft, um zum Punkt zu kommen. Das Dach kann man reparieren, aber jemand muss etwas gegen die Trolle unternehmen. Und da die Bürgerwehr sich nicht einmal gegen einen zahmen Goblin verteidigen könnte, habe ich mich gefragt, ob ihr euch vielleicht darum kümmern könntet. Also da, das sind, die Trolle sind heftig. Da müssen wir wirklich erst mal fragen, was bekommen wir dafür? Und er ist ja auch Händler. Er handelt ja genauso. Klingt jedenfalls gefährlich. Was bekomme ich dafür? Abgesehen von meiner immerwährenden Dankbarkeit? Genug Gold, um euch für die Gefahr zu entschädigen? Gut, ich werde sehen, was sich machen lässt. Wo kann ich die Trolle finden? Ganz genau weiß ich das nicht, aber wahrscheinlich nördlich vom Fadonsheim, irgendwo im Wald. Viel Erfolg, mein Freund. Und hab Dank. Ja, nebenQuest sammeln ist auch wichtig, um... Okay. Schauen wir uns noch den Baum an. Ja. Okay, das ist schön. Wir haben noch eine NebenQuest gefunden. Hier unten steht ja auch gleich die Bürgerwehr. Weil es mit der Frau auf sich hat. Keine Ahnung. Aber hier unten müssten ja gleich die Typen stehen, nicht wahr? Nö, die sind jetzt weg. Hm. Aber warum haben sie denn die Frau hier nicht hochgelassen? Seltsam. Öh, was war das denn? Alter, das geht nicht! Komm mal da! Fank! Du kannst doch hier nicht anfangen hier... Boah, ey. Was? Wie dreist ist das denn? Hier... Ich glaub's ja nicht. Wie kommen die Typen hierher? Vor allem, da ich jetzt mittlerweile alles abgesperrt habe. Und wo ist der andere Goblin, der hier eben noch stand? Sie werden brennen! Alter, hätte ich das jetzt nicht gesehen, dann hätten die hier die ganzen Dorfbewohner abgeschlachtet. Ja. Gut. Das ist voll übel. Und wir haben jetzt mehr Leute. Vielleicht könnten wir die Trolle damit platt machen. Aber ich glaube, ich werde das ein bisschen offline machen. Damit wir besser wegen Hit-and-Run-Technik, damit die ganzen Leute nicht mehr drauf gehen. Wir müssen so oder so das Lager dort oben auch noch stürmen. Aber echt mal, wie sind die hier hingekommen? Ich hab doch hier alles abgesichert. Wir werden angegriffen! Wir hatten das ja schon vor uns, dass hier einfach mal Leute durchgelaufen sind. Vielleicht waren das die, die vor uns hier durchgelaufen sind. Auf jeden Fall... Äh... Gehen wir erstmal hier hin. Mit unserer Armee. Und... Greifen jetzt erstmal die Orks an. Oh! So, was den Turm hier angeht. Der muss mal wieder repariert werden. Zweiholtz. So. Ah, und hier liegt immer noch das Tier, von was der Jäger hier vor uns erlegt hat. Das ist eigentlich auch gut. Das heißt, die verschwinden auch nicht. Ich muss jetzt nur mal meine Helden hier nehmen. Helden. Ja, ich hab die Gruppenverteilung übersichtlich gemacht. Ja. So. In Ordnung. Ha? Das sind jetzt alle, oder? Ja, das sind alle. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz mit den Helden etwas kundschaften. Hier scheint es auch befestigt zu sein. Ah! Was gibt es hier in der Ecke? Guter Plan. Ach, hier gibt es, gibt es noch ein Nebenlager durch das Territorium. Du bewegst dich dann auf jeden Fall. Was werdet ihr bereuen? Na dann. Ich brauche Heilung. Ja, Heilung. Wo bleiben denn die Truppen? Ah, ich hab ja auf zwei gedrückt. Ja! Ich brauche Heilung. Gehen wir es an. Einer unserer Helden wurde getötet. Hm? Verdammt, ich brauche Heilung. Ja, du kriegst Heilung. Boah, dieser verdammte Wirbelangriff. Der hat alle meine Truppen beschädigt. Habe ich schon gesagt, dass hier... Ja, wo genau... Äh... Ja? Macht euch bereit. Sind hier keine Türme? Doch, hier sind Türme. Aber wir sind gerade so in der Überzahl. Boah, der sieht auch so fit aus. Verdammt, nochmal. Ja? So, das Ding wäre auch schon mal da hin. Gut, Herr Platt. So. Dann, Wiederbelebung. Ja, wir könnten theoretisch gesehen jetzt auch einfach den Gottstein aktivieren. Und unsere Truppen durchschicken. Die auch heilen lassen und dann wieder angreifen. Ja, komm schon. Ja, ich muss jetzt auch die Leute wiederbeleben. Bei... Bei Nid half. Ist es vorbei? Ich... Ich dachte schon, sie würden mich lebendig häuten. Warte, hä? Heißt das, wir mussten jetzt hier nur den... Den Boss umbringen? Oder habe ich das jetzt irgendwie missverstanden? Wir haben doch jetzt hier nur diesen... Den einschweren Gegner. Ich dachte, das wäre ein normaler Held gewesen. Hey! Hey, ihr da! Helft mir! Bitte! Ihr müsst mich hier rausholen! Ja... Das muss Iskrim sein. Ich würde nur gerne hier die ganzen Leute wiederbeleben, die hier so tot rumliegen. Na, komm. Bitte, bitte, bitte. Danke. Ich muss einfach mal in den Skilltree nachschauen. Werden sie jetzt erstmal als Hel... Als... Äh... Heilung? Falscher Charakter? Falscher Charakter. Was ist? So. Äh... Wir machen einmal das hier. Damit wir einen breiteren, größeren Heilungsradius haben, um mehr Einheiten zu erwischen. Ja, hier sind anscheinend keine mehr zum Wiederbeleben. Aber trotzdem, hier ist gerade alles hintereinander, puff, kaputt gegangen. Anscheinend wirklich nur, weil wir anscheinend den Häuptling besiegt haben. Hm. Ich dachte, wir müssten jetzt erstmal Hauptgebäude und so platt machen. Der letzte ist jetzt leider schon verschwunden. Gut. Da... Worum geht's? Jetzt bleiben wir eigentlich als Gegner nur noch die Trolle übrig. Gut. Wir müssen natürlich noch den Rest erkunden. Aber ja. Ja. Das ist ein guter Ort. Nein. Ja. Das ist ein guter Ort. Klingt gut. Dann schicken wir dich da runter, um das hier zu bebauen. Und dann haben wir hier alles eingenommen. Dann werden wir mit den guten Iskrim reden. In unserer Hauptquest vorantreiben. Aber trotzdem hat es mich jetzt verwundert, dass hier alles einfach verpufft ist. Na, was ist das denn? Da kann man anscheinend was... Was ist? Naja. Wir haben ja jetzt hier auch natürlich die Portale. Das hier ist noch nicht aktiviert. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Aktivieren sich auch automatisch, wenn wir hier einen Außenposten bauen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Der hier ist auch gleich fertig. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Wir bauen sie einfach aus dem Prinzip aus, würde ich mal sagen. Wir haben anscheinend auch ein bisschen von den Ressourcen, die hier noch drin lagen, mit übernommen. Ja, wir haben hier volle Runensteine. Zu dem Händler gehen wir dann gleich. Wir machen auch noch dann die andere Quest mit den Trollen. Aber erstmal reden wir mit dem hier. Erstmal holen wir uns das hier. Es leuchtet nicht mal. Was ist denn das? Ach, das sind Rohstoffe, das sind Holzbalken. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja, also ich meine, die Org-Hütten sehen ja jetzt nicht so schlecht aus. Nicht so schlecht gemacht. Könnte man theoretisch auch beziehen. Dann hätten... Das ist ja eigentlich quasi jetzt eine schöne Erweiterung für Fahlungsheim. Die Hütten hier. So gesehen. Ach, ich kann jetzt... Obwohl, das tut ja eigentlich nichts mehr zur Sache. Aber ich kann jetzt hier die Jäger arbeiten lassen. Da sie nicht mehr ständig von dem Turm dort oben erschossen werden. Okay. Isgrim. Was ist mit dir? Ach, ihr müsst eure Heldengruppe versammeln, um fortzufahren. Okay. Okay. Bei Nidhalf. Danke. Das... Das sind Leute aus Fahlungsheim, oder? Ich kann nicht glauben, dass sie zu meiner Rettung gekommen sind. Die Orks hätten ihr Dorf zerstört, wenn wir nichts unternommen hätten. Wir hatten also keine Wahl. Ich... Ich verstehe. Oh, bei den Feuern von Bargagor. Ja, all die Toten. Wie viele Leute habt ihr verloren, um durchzukommen? Ja, das. Sie kannten das Risiko. Ja, der ist beim Militär gewesen. Machen wir erstmal das hier. Sie kannten das Risiko. Ihr seid Iskrim, oder? Ja. Und ihr? Ihr seht nicht aus wie einer der Dörfler. Und wie zum Henke habt ihr das überhaupt geschafft? Eine Bürgerwehr gegen eine Horde Aschewüter? Lange Geschichte. Richtig. Und auf die Gefahr hin, herzlos zu klingen? Momentan ist die Zeit nicht gerade unser Verbündeter. Verstehe. Dann sollte ich jetzt aufbrechen. Danke für alles, mein Freund. Ihr habt mir das Leben gerettet. Moment, nicht so schnell. Es gibt einen Grund, warum wir euch holen gekommen sind. Rondala Cain, der Bote des Lichts, hat uns geschickt. Oh. Das ist interessant. Und warum hat er das? Weil er denkt, dass wir den Blutbrand aufhalten können. Ihr sucht nach der alten Stadt der Forma, richtig? Nach Mulandir. Dafür hat er mich angeheuert, ja. Aber was hat Mulandir mit dem Blutbrand zu tun? Das ist doch diese Seuche, oder? Ja. Kurz bevor der Blutbrand auftritt, sind magiebegabte Leute dazu imstande, eine Art Stimme zu hören, die eine Art Lied singt. Und das Lied ist in der Sprache der Forma. Ein Lied? Das klingt gleichermaßen spannend und skurril. Aber ja, ich glaube, ich weiß, von welchem Lied ihr sprecht. Dann vermute ich mal, dass dieses Lied auch der Grund ist, dass LeCain mich angeheuert hat, um Mulandir zu finden. Ja. Was seid ihr denn eigentlich? Ein Archäologe? Ja, könnte man so sagen. Ein Archäologe, der sich auf die Kultur der Forma spezialisiert hat. Oder, wie sie sich selbst nannten, der Xalontep. Sie sind ein Meer voller Mysterien. Und dennoch könnte man mit dem, was man über sie weiß, nicht mal einen mittelgroßen Folianten füllen. Meiner Schande, wenn ihr mich fragt. Das ist interessant, weil für die, die die Story mögen, weil den wahren Namen der Forma, den kannte man gar nicht. Um ehrlich zu sein. Bis jetzt. Ein Zwergenarchäologe? Ich dachte immer, euresgleichen tut nichts anderes, als Waffen zu schmieden und zu saufen. Nun, das, junge Dame, nennt man einen Stereotyp. Obgleich dieses durchaus einen wahren Kern hat. Das ist jedenfalls eine beeindruckende Rüstung, die er da tragt. Erst recht für einen Gelehrten. Ach die. Nun, Gelehrter hin oder her. Ich weiß mich auf jeden Fall zu verteidigen. Auch wenn dieser Umstand mehr als Notwendigkeit, als als Leidenschaft zu verstehen ist. Ich kämpfe ungern. Anders als die meisten meiner Art. Uh, seid ihr Magier? Wenn ihr das Lied kennt, heißt das, ihr seid ein Magier? Naja, ich habe eine Handvoll Fähigkeiten, sagen wir es so. Ich bin ein Erdformer. Erdform ist eine primitive Art von Magie, die wir Zwerge seit Jahrhunderten praktizieren. Aber bitte, versteht mich nicht falsch. Ich bin kein echter Magier. Ich kenne lediglich ein paar Kniffe, die mir in meinem Beruf sehr gelegen kommen. Verstehe. Wie auch immer, der Bote hat vorgeschlagen, dass wir uns zusammentun. Ähm, nun, warum eigentlich nicht? Tatsächlich könntet ihr Glück haben, denn ich glaube, dass ich vor zwei Tagen den Eingang nach Mulan dir gefunden habe. Ach nett. Aber bevor ich ihn öffnen konnte, sind diese Orks aufgetaucht. Würde es euch jedoch etwas ausmachen, dieses Gespräch an einem anderen Ort fortzusetzen. Vorzugsweise einem, der nicht von Blut und Leichen übersät ist. Einverstanden. Wir müssen ohnehin der Bürgermeisterin noch von unserem Sieg berichten. Wenn das erledigt ist, kann unser neuer Freund uns den Weg in die verlorene Stadt zeigen. Klingt nach einem Plan. Wohl an. Das ist sehr, sehr schön. So, wir haben jetzt einen neuen Helden. Ich hoffe allerdings, dass die Gruppe jetzt so bestehen bleibt. Also ich meine, dass nicht irgendwie, wie schon früher gesagt mal, die vielleicht wieder verschwinden oder sowas. Jetzt sagen wir erstmal den Händler Bescheid, dass der Weg nach unten frei ist. Haben wir ja selbstpersönlich überprüft. Dann müssen wir hier leider gegen die Trolle antreten. Ich meine, wie wollen die hier mit so zwei Trollen in Frieden und Ruhe leben? Und so weiter. Und ich kann ja sein, dass die, sobald wir mit der Bürgermeisterin geredet haben, uns die Bürgerwehr wieder abgenommen wird. Und das kann, das kann sogar sehr wahrscheinlich sein. Deswegen würde ich die gerne behalten. Also noch warten, mit ihr zu reden. Aber was wir machen könnten, ist folgendes. Wir könnten hier alles mit Türmen zukleistern. Die uns beim Schaden machen helfen. So, setzen wir einen Turm hier hin. Und einen anderen hier hin. Pro Territorium kann man ja zwei Türme setzen. Wenn man jetzt nicht unbedingt für irgendwas Arbeiter will oder braucht. Und wir können ja dann die Trolle hier hochlocken mit unseren Helden. Dann ballern wir die mit den Türmen zu, die viel Schaden machen. Also das klingt nach einem Plan. Wir gucken jetzt aber erstmal kurz, unser zwergischer Freund hier, was für Fähigkeiten der Grundlink hat. Erdform, ach, nett. Der hat, äh, einen eigenen Skilltree für den Charakter her. Das ist natürlich sehr schön. Widerstandskraft. Ich will es mir doch jetzt nicht im Ernst sagen, dass dieser Typ hier unser Tank ist, oder? Der Typ ist unser Tank. Das ist unser echter Tank. Ah, verdammt. Das ist unser Tank. Ein Gebäude wurde errichtet. Der hat einmal hier die, 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 die Tank-Skills und hier einmal Extra-Skills, um. Ah, ich glaub's nicht. Vor allem hier das hier mit, äh, Widerstandsstärke zu erhöhen. Oh, ich könnte mich ärgern. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, okay, ich muss ihn wieder mit den Haupthelden anreden. Der Weg ist frei. Äh, sicher? Ich bin sicher, dass er frei ist. Allerdings traue ich den Spielertüten nicht. Hier, warte. Ich traue den Spielermachern nicht. Wollte ich sagen. Weil, es kann ja immer passieren, dass einfach so Gegner auftauchen und so. Wir eskultieren den jetzt einfach mal kurz. Ja, passiert, ne? Äh, Händler, wo läufst du lang? Wie bist du da? Du läufst den Weg lang. Eine gute Wahl. Und dann bist du ja auch gleich in Falunshalm. Wo war er denn? Okay, der rennt um sein Leben. Und wir gehen jetzt wieder hoch zu den Trollen. Ich muss nur mal kurz schauen, wo er sich hinstellt. Damit wir im Nachhinein dann ansprechen können. Ach, wir halten wieder. Hier ist er. Reden wir einfach gleich mit ihm. Schauen wir uns das mal an. Oh, schöne Magi-Sachen. Intelligenz und Willen. Oh, die... Das ist... Das ist... Ja, Rie. Wie viele Dinge... Ah, wie schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Danke noch einmal für eure Liebe. Ein Gebäude, wo errichtet wird. Wie sicher wiederkommt, habe ich vielleicht sogar meinen Stand schon wieder eröffnet. Ah, das heißt, wir haben jetzt einen neuen Händler in der Stadt. Wir haben ja erstmal hier die hier, die wir uns noch gar nicht so angeschaut haben. Und wir haben dann ihn wahrscheinlich auch noch hier. Vielleicht gibt er uns sogar Rabatt. Beste, Dolche, Schwerter, alles für den wachsamen Abenteurer. Nette Ausrüstung. Wir müssten eigentlich auch mal Sachen verkaufen, aber das mache ich eher offline. Ein gutes Angebot. Ein gutes Angebot. So. Ja. Die Folge ist damit aber auch leider schon langsam wieder zu Ende. Ach, das ist dann wohl der Mulan-Dia-Eingang, ne? Würde ich einfach mal so behaupten, wäre die Möglichkeit. Das sieht so aus, als wäre das der mögliche Eingang. So, die ganzen Türme sind jetzt hier besetzt. Ne, der hier ist nicht besetzt. Aber den kann ich bis jetzt machen. Ich wünsche nur, ich könne die ausbauen. Und dann werden wir beim nächsten Mal das hier ausprobieren. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wenn wir die Trolle 1 überziehen. Hoffentlich.